so noch eine schlüsselmission besiege die venoms in mexica handele handele so bam bam machen ein klassisches saiyajin team go go super saiyajin ja 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 und tschüss ja 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 das würde ich sehen wie du mich umbrichst ja 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 so gar nicht scheiße ja 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 Das war's für heute. Da, 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 da. Beendet! Wurde auch nicht. Man, wie geht da, du Tier! Mann! So! Die haben erfüllt die Mission, dann schauen wir mal, was es da hinten so gibt. Huch! Äh... Oder ist es wieder oben? , ... Hallo, Rebecca! Hm... Ich glaube fast nicht, dass es da oben ist. Und hopp. Und hopp. Der Super Saiyajun Son Goku. Okay. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Oh, das sind noch die Fertigkeiten. Hm. Hm, ah. Hm, ah. Hm, ah. Hm. Todesuntertasse. Sonnenkamehameha. Hm. 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 Schatten-Doppelgänger, oh, das wäre natürlich auch was. Ciao. Hm? Boah, gibt's so viele Attacken? Na, wir probieren einfach mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Nehmen wir mal die Meteor-Kombination mit. Die Wut-Attacke und das Super-Ganking-Dama und ein Final-Flash. Okay. 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 ... ... ... ... Das sind neue geile Schuhe. Äh, wohl eher nichts. Oh, so the Engel Hose, mh, sexy. Näh. Näh. Oh, kann ich das jetzt verwenden? Nähme an. Nähme an. mal wieso so eine fette bandage sieht scheiße aus was ist bei dem da ja Naja, sieht immer wenigstens ein bisschen anders aus. Die Meteor-Kombination, die Wut-Attacke, und das Final-Flash. Hm, muss ich doch noch mal eine kaufen. Ich kaufe mal noch den Galax-Strahl. So, und den hier noch. J-Fähigkeit. Fertigkeiten-Effektivität, aha. Hä? Ach so, die kostet alle zu viel. Ah, okay. Oh, Gott. Ähm. Oh Gott, es dauert ja hundert Jahre. Da möchte ich mich jetzt gar nicht so sehr damit beschäftigen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah So Boah Gott, das ist vieler Ja, das ist jetzt nicht so sonderlich spannend So So Das reicht jetzt aber auch Dieser Idiot, der soll uns anführen Und nicht alleine losrennen Yo Oh, du bist es, aber gut, dass du hier bist Ich habe eine Bitte Ruffy ist nach San Francisco Aufgebrochen Nachdem wir gehört haben, dass Freezer sich dort herumtreiben soll Ich würde ihm gerne helfen, aber ich werde leider schon woanders gebraucht Er sollte sich zwar gut schlagen, aber wirst du trotzdem mal nach ihm sehen Klar, Alter Danke, ich schulde dir was Hihihi, siehst du aus, als wäre dies dein Ende Deine Kampfkraft wird zwar überwältigend, aber nicht einmal du kannst es mit uns zwei gleichzeitig aufnehmen Halt den Mund, das werden wir noch sehen Ha, 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 ha Oh, ruhig Strohhut Das war nur eine Falle für diesen Goku-Typen Aber ich freue mich, dass es dich erwischt hat Sehr, ha, 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 ha Heute ist der Tag, an dem du endgültig untergehst So, mach mal die Fotoluke zu Das werden wir noch sehen, also halt den Mund Genug geredet, Zeit zu sterben Hm, worum geht's? Hinter dir Sehen Nun sieh mal einer an, wer da ist Au Seh, ha, 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 ha Als ob du alleine etwas ausrichten könntest Du und der Strohut, sei schon so gut wie tot Komm schon, Freezer Zeigen wir ihnen, was es heißt, deklassiert zu werden Dann schauen wir mal, ob unsere neuen hier Power-Ups irgendwas bringen Bam, bam Bam, 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 in die Fresse Und zack Nein Ja, das war ja Superkraft Und Flick, Freezer Und Flick, Freezer Und Flick, Freezer Bam, boom Oh Oh Ja! Schöne Sache! Also irgendwie finde ich die Brille ein bisschen gay. Unmöglich! Wie konnte mir das nur passieren? Freezer, ich denke es wird Zeit, dass wir uns zurückziehen. Wenn noch jemand hier aufkrautzen sollte, sieht schlecht für uns aus. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Genieß dein Leben solange du noch kannst Strohhut. Hey, Flüchten ist verboten! Sehahahaha! Das wirst du mir doch nicht nachtragen, oder? Sehahahaha! Taps! Taps! So langsam wie der flüchtet! Danke, Zane! Yo! Wie, ich sollte lieber Zoro danken? Hm, vielleicht hast du recht. Aber trotzdem warst du derjenige, der mir geholfen hat. Also danke! Und jetzt sollten wir zur Basis zurück und Sanjis Küche genießen! Hui! Fast hätte ich gekotzt. Verstehst du das denn nicht, Ruffy? Ohne Sane wärst du jetzt! Aber das bin ich nicht! Und wir haben gewonnen! Alles ist gut! Nein! Zoro hat recht! Ach komm schon, Mann! Nicht du auch noch Sabo! Ruffy, wenn dir etwas zustoßen und das Team deswegen zerfallen würde! Das würde die Sache für keinen von uns leichter machen! Wann ist dir das je in den Sinn gekommen? Manchmal schon! Tut mir leid, Zane! Okay! Jetzt sollten wir uns auf unser Seges mal konzentrieren! Schmalzlocke! Ist das Ashen schon fertig? Was für eine Frage! Alles klar! Dann langen wir mal kräftig zu! Okay! Wenn die linke Arschbacke tut mir! ich bin aber noch ein bisschen raus. Ich bin noch nicht weit, oder? Fenderkommage nicht! Das ist wichtig! Ich bin jetzt nicht! Ich bin hier, Herr Huthur! Masch, du? Um, um, um.